Musik Herzlich willkommen beim täglichen Videostrategietiker des Frankfurter Börsenbriefs. Heute am Montag, dem 4. Juli um 11.03 Uhr. 4th of July, das heißt Unabhängigkeitstag in den USA. Das bedeutet, dass wir eine müde Börsenentwicklung sehen werden heute, aber darüber hinaus sind wir nach wie vor optimistisch. Wenn Sie sich erinnern an die Ticker nach dem dreifachen Verfalltermin, da hatten wir uns optimistisch geäußert, dass die Skepsis am Markt allgemein eigentlich zu groß ist und das hatten wir in den letzten beiden Wochen im Frankfurter Börsenbrief hier auch so dargestellt und es hat sich als richtig bewahrheitet. Von Weltuntergangsstimmung ist nicht zu spüren. Die vielen Shorties, die sind auf dem falschen Fuß erwischt und müssen nun langsam eindecken. Das heißt, wir sind grundsätzlich für die nächsten Wochen erstmal wieder positiv gestimmt, weil Thyssen hatte das in der letzten Woche ja auch nochmal ausgeführt und wir in unseren Börsenbriefen ja auch. Das heißt noch nicht, dass wir nun über den Berg sind. Das heißt nun nicht, dass ein Double-Dip-Szenario in den USA abgewendet wäre oder die Griechenland-Krise gelöst. Das ist nichts von alledem. Fundamental haben wir die gleichen Probleme, aber markttechnisch sieht es wesentlich besser aus, sodass wir uns auf eine sehr freundliche Börse in den nächsten zwei bis drei Wochen einstellen können. Danach werden wir wieder Abgaben sehen. Das ist ganz klar. Unsere grundsätzliche Prognose geht ja von einem volatilen Markt in diesem Sommer aus. Schauen wir heute auf einige Daten aus den Unternehmen. Nestlé hat angekündigt, in China sich zu engagieren. Man will für 2,6 Milliarden Dollar einen Süßwarenhersteller übernehmen. Das ist die größte Transaktion der Europäer in diesem Rahmen. Für unsere Begriffe eine sinnvolle Sache, sich hier zu engagieren. Nestlé im Moment oder schon seit längerer Zeit nicht auf unserer Empfehlungsliste. Aber das scheint uns ein sehr guter Deal, ein zukunftsweisender Deal zu sein. Schauen wir zunächst auf die Allianz-Aktie. Dort hat man die Ausgaben für die Griechenland-Rettung inzwischen beziffert. 300 Millionen Euro wird es sein. Sie wissen ja, man hat in der Europäischen Union darüber gesprochen, wie die Privaten beteiligt werden können. Und das läuft auf eine freiwillige Verlängerung der Hilfen hinaus. Und da ist man bei der Allianz nur als erster vorgeprescht unter den Finanzdienstleistern, um das zu quantifizieren. 300 Millionen Euro wird das betragen. Das ist eine positive Nachricht aus unserer Perspektive. Denn das nimmt die Unsicherheit, wie groß denn die Belastung sein wird. Und das wird zunächst einmal der Deckel sein, den wir hier erwarten. Schauen wir auch auf Bayer. Dort gibt es zweierlei Nachrichten. Zum einen haben wir bei CropScience, also der Agrarsparte, Nachrichten über eine Abfindungszahlung von 750 Millionen Dollar. Hier ging es darum, dass in den USA Reis angebaut wurde, manipulierter Reis, der zu Einnahmeausfällen geführt hat unter dem großen Thema Liberty Link. Und das wird nun aufgearbeitet, dieses Thema, sehr positiv aus unserer Sicht, dass hier nun ein Schlussstrich gezogen wird. Zugleich haben wir auch Nachrichten, dass Xarelto das Präparat nun in den USA eine Zulassung erhält. Und das wird wieder neue Umsätze für den Leverkusener Chemie- und Pharmakonzern generieren. Bayer, das heißt für meine Begriffe deshalb auch Aktie der Woche. VW meldete nun 55,9% Anteil an MAN. Schauen wir noch auf die zweite Reihe, auf Software. Da hat man angekündigt, dass man den Umsatz in den nächsten zehn Jahren verfünffachen möchte. Die Großaktionäre bleiben an Bord. Man hat eine volle Kasse, das heißt, es wird auch zu einigen Übernahmen kommen. Wir erwarten diesbezüglich schon innerhalb des dritten Quartals einige Nachrichten für größere Übernahmen. Was man so von Marktinsidern hört, nicht aus dem Haus Software, sondern von Marktinsidern, ist, dass hier einige Gespräche bereits laufen und kurz vor dem Abschluss stehen. Das heißt, Software steht vor einer massiven Vergrößerung. Ob das dem Aktienkurs dann nützen wird, das muss man dann im Einzelnen sehen. Das muss man dann sehen, wie die genauen Übernahmebedingungen dann gestrickt sind. Das kann man jetzt noch nicht so abstrakt sagen. Deswegen bitte auch vorher hier nicht vorgreifen. Grundsätzlich halten wir Software für ein sehr gutes Unternehmen. das man auch auf lange Sicht halten kann. Aber wer jetzt auf eine kurzfristige Spekulation aus ist und im Rahmen dieser möglichen Übernahme drauf springen will, das halten wir für keine sinnvolle Strategie. Schauen wir noch auf die Automobilbranche. Dort gab es in den USA die Absatzzahlen. VW hat 35 Prozent zugelegt im Juni, BMW 13 Prozent, Daimler 19 Prozent, Porsche ebenfalls 19 Prozent. Das muss man allerdings vor dem Hintergrund sehen, dass die amerikanischen Hersteller deutlich weniger produzieren konnten. 20 bis 30 Prozent weniger Autos. Warum? Der Grund ist Ihnen ja bekannt. Aus Japan kamen weniger Zulieferteile. Und deswegen stand an einigen Standorten, in einigen Fabriken, in einigen Werkshallen die Bänder still. Und deswegen konnten sich die Deutschen besonders so hervortun. Und das heißt mit anderen Worten, dass dieser Trend nicht ohne weiteres so in die Zukunft vorzuschreiben und zu extrapolieren ist. Zum Schluss noch ein kurzer Blick auf den Euro. Die Ratingagentur S&P hat sich noch mal dahingehend geäußert, dass man auch diese Verlängerung, diese freiwillige Verlängerung möglicherweise als Default einordnen könnte. Und das hat dem Euro heute Morgen schon stark zugesetzt. Und wir gehen davon aus, dass sich hier allerdings zwei Einflussfaktoren gegenseitig neutralisieren. Das eine ist, was ich eben gesagt habe, die mögliche Einstufung der Griechenland-Krise als Default. Auf der anderen Seite erwarten wir für diese Woche eine Zinserhöhung seitens der EZB. Das ist für unsere Begriffe schon ausgemachte Sache, eine sehr sichere Sache. Und das ist ja tendenziell grundsätzlich ein stärkender Impuls für den Euro. Das heißt, das wird sich unter dem Strich neutralisieren. Denn wir sind auf die mittlere Sicht eher skeptisch für den Euro. Wir sehen diese Entwicklung rund um Griechenland sehr, sehr vorsichtig, sehr, sehr skeptisch. Und wir sind ja mit einigen Short-Engagements hier auch schon engagiert. Zusammengefasst, die Börse wird heute wegen der geschlossenen Börse in New York nur wenig Impulse erhalten. Auf die mittlere Sicht, auf die nächsten zwei, drei Wochen, sind wir allerdings sehr bullish gestimmt, ohne dass die Probleme in Griechenland oder USA oder sonstiger Art, fundamentaler Art, gelöst wären. Für Bayer und Allianz sind wir ja positiver gestimmt, nachdem diese Probleme, die ich Ihnen eben beschrieben habe, gelöst sind. Software AG ist eine interessante Aktie auf die lange Sicht, aber auch kurzfristig im Blickpunkt wegen Übernahmespekulationen. Beim Euro sehen wir eine Neutralisation. Das heißt, unterm Strich ergeben sich eine ganze Reihe sehr spannender Investitionsmöglichkeiten, die wir ja auch im Frankfurter Börsenbrief in der letzten Ausgabe skizziert haben. Fahren Sie also die Liquidität, die wir in den letzten Wochen ja nicht zu Unrecht hochgehalten haben, jetzt langsam runter und ergreifen Sie die Chancen beim Schopf. Das war es für heute. Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Börsentag. Bis morgen, Ihr Beinert Klinsing. Untertitelung des ZDF, 2020 Das war es für heute.